Musik Puh, keine Lust heute zu arbeiten. Aber gut, solange keiner mich nervt, wird's schon gehen. Hey Marcel, Alter, geil, dass du arbeitest. Wir haben uns lange nicht gesehen, Digga. Alter, wer ist denn jetzt der Typ? Hey, ja, alles klar. Und bei dir? Alles super, Digga. Ich freue mich über hier zu sein. Voll geil, mal wieder da zu sein. Digga, wer bist du? Ja, und sonst? Digga, kann es sein, dass du mich nicht mehr erkennst? Äh, doch. Klar, du bist doch voll off da. Boah, wer ist der Typ? Muss die Zeit ein bisschen überbrücken, bis es mir kommt. Ich glaube, du weißt nicht mehr genau, wer ich bin, aber du weißt bestimmt noch, wie ich heiße, oder? Fuck. Jetzt habe ich verschissen. Ja, klar, du heißt doch Ro... Ro? Äh, nee, Markus... Sven, Sven war's. War's Sven? Gib dir einen Tipp. Fängt mit G an, hört mit unter auf. Was für G unter? Noch nie gehört. Ah, ja klar, Günther, jetzt. Wie geht's? Wie steht's? Alles gut soweit? Wie geht's Frau und Kinder? Äh, Digga, ich... Weder bin ich verheiratet, noch habe ich Kinder. Also, ich weiß nicht, warum du mich hier nicht irgendwie verwechselst. Oh, Junge, Mann, wieso bin ich nicht einfach still? Okay, super. Wollen wir dann zum Kart? Äh, kannst du mir die 22 ready machen, Alter? Warum die 22? Ich bin jetzt schon mehrere gefahren, aber mit der fahre ich die letzte oder die ganze Zeit, weil ich da am besten fahre und auch die geilsten Runden zu einfach. Ja klar, wenn du meinst, dann nimm dir einfach die 22. Ziemlich sicher, kommt der gar nicht erst ohne Crash aus der Box. Okay, los geht's. Schaust du bei mir halt noch wegen der neuen PS Lizenz, wegen der Zeiten, gell? Äh, ja klar, kann ich machen. Kein Problem. Noch nie war einer so schlecht. War super, richtig gut, aber die Zeit war leider nicht genug für die neuen PS Lizenz. Hä, wie kann das denn sein? War die Zeit nicht gut genug, oder was? Ey, Alter, sag ich doch. Nee, hat leider nicht gereicht, aber du kannst es doch gerne beim nächsten Mal nochmal probieren. Du bist ja scheinbar relativ oft da. Wie scheinbar? Du weißt doch, dass ich eigentlich jede Woche, nein, jeden zweiten Tag hier bin. Hä? Shit. Äh, ja, ja, nee, ist ja so. Stimmt, bist relativ oft da, ja. Ja, wann bist denn du das nächste Mal wieder da? Naja, eigentlich Sonntag, aber sagen wir mal Freitag. Äh, am Freitag. Vielleicht noch ein bisschen mehr ausschmücken. Äh, bin aber den nächsten Monat komplett weg, also... Erstmal nicht mehr da. Oje, geht's in den Urlaub? Ja, egal. Dann sehen wir uns einfach in einem Monat auf Freitag wieder. Geil, dann weiß ich auf jeden Fall, wann ich in Zukunft krank machen werde. Geilo, perfekt. Dann, äh, du findest ja alleine raus. Wir sehen uns dann. Gell? Freitag in einem Monat. Wir beide. Mach's gut. Ciao, ciao. So Leute, das war's schon mit diesem etwas kürzerem Video. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Haben wir uns mal ein bisschen ausprobiert in einem Sketch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch irgendwas aufhört, wo ihr sagt, ey, das könnt ihr doch nächstes Mal ein bisschen anders machen oder da hätte ich noch die ein oder andere Idee. Schreibt uns in die Kommentare rein. Freuen wir uns drüber. Erstmal hilft es dem Algorithmus. Und wir können natürlich das für euch noch ein bisschen attraktiver gestalten. Ansonsten... Ja. Hoffen wir natürlich auch, euch hat das EM-Video gefallen und freut euch natürlich weiterhin auf verschiedene neuen Arten-Videos. Bis dahin bleibt gesund. Liken, kommentieren, abonnieren wie immer nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Gut. Gut.